Wir sind heute in Erkelenz in der Glückaufstraße. Das Wetter ist leider nicht das Beste, aber ich glaube, unsere Gewinner werden sich trotzdem freuen, denn wir haben zwei Checks dabei. So, ich glaube, hier sind wir. Hier ist es. Gehen wir mal an. Oh, da tut sich schon was. Hallo. 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 Mein Name ist Daniel Grochhoff von der Deutschen Postkort Lotterie. Dankeschön. Guten Tag. Sie haben bei uns mitgespielt bei der Deutschen Postkort Lotterie und Sie haben was gewonnen. Ja. Erstmal einen Blumenstrauß, der ist natürlich für die Dame, den würde ich Ihnen gerne überreichen. Dankeschön. Und hier habe ich einen Gewinncheck und da ist jetzt was drin. Ich weiß auch nicht wie viel, ne? Sie wissen nicht wie viel. Aber wir gucken mal zusammen rein. Ja, gucken wir rein. Rein? Ist doch schön. Da danke ich mich ja sehr herzlich. Und Sie haben ja bei uns mit zwei Losen mitgespielt. Ja, ja. Schauen wir mal, was wir da haben. Ziehen Sie gerne nochmal. Nochmal tausend. Nochmal tausend. Oh, wie gesagt. Zweitausend. Sie haben insgesamt zweitausend. Ja, bitte sehr, bitte. Ich war perplex. Sonst nie was gewonnen. Nirgends. Das erste Mal, dass das so viel war, hätte ich nicht gedacht. Aber es ist super. Ich bin bald von den Socken gekommen. Aber es ist eine tolle Sache. Ich werde weiter mitmachen. Ich hätte nie gedacht, dass ich direkt gewinne. Ich bin bald von dem Ohr. Ja. 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 Amen.